Moin moin liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Metro 2033 Redux. Ja, das ist die Playstation 4 Remastered Version, sag ich mal, gibt es auch für Xbox One und PC. Auf dieser CD sind alle beide Teile von Metro vorhanden, einmal Metro 2033 Redux und Metro Last Light Redux. Ich weiß auch nicht, worauf ich mich jetzt hier einlasse beim Metro, ich habe nur von vielen Freunden und Kollegen gehört, dass es sich auf jeden Fall lohnt zu spielen. Und ja, und dann habe ich mir das mal zugelegt, das Spiel, für 40 Euro kann man auch nichts zu sagen, zwei komplette Spiele. Und dann würde ich mal sagen, dann starten wir. Ja, bitte, okay, fortzufahren. So, dann machen wir ein neues Spiel. Hm, Munition bildet in Knappheit, die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Überlebensmodus bietet Spielern das ursprüngliche Horrorleben von Metro 2033 mit einem Schiff. Hm, genießen sie leichtere Kämpfe. Okay, ich würde mal sagen, das ist, das ist mehr was für mich hier, spartaler und normal. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen. Okay, los geht's, Leute. Hey, Artyom, hast du deine Heimatstation verlassen hast? Hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Halt dich. Komm. Hier. Ja. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich denke dich. Mhm. Das ist also wohl ja im... Ah. Hab ich nicht. Oh. Oh. Okay. Lass nur das Tor, ich geb dir Deckung. Okay, manche Sachen hab ich, glaub ich, noch nicht. Dann aber muss ich erst mal sagen, die Empfindlichkeit, die ist mir echt... Die ist mir echt ein bisschen zu langsam. Hä? Okay. Irgendwie... Irgendwann, wir müssen die Vibrationsstark bewegen. Nein, da wollen wir nicht tauschen. Ah, ist mir noch irgendwie... Einmal noch eben, Leute. Okay, dann gehen wir weiter. Die Scheiße geht hier ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Drücken und die Kreise und die Kriegmutter ist ein und auszuschalten, okay. Ach, tschau. Schau in diesen Kisten nach Moon und Medipex. So. Ach, tschau. Reißen wir also. Ja, warte, meinst du? Ich weiß wohl, wir leben... Wir leben hier in der Metro, weil die Oberfläche durch einen Atomkrieg oder irgendwie sowas ausgestorben sind und da... Verfiehlt. Naja, klettere hoch und versuche es noch einmal. Klettere hoch. Ach da. Oh, das ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Und dass auf der Oberfläche über der Metro so komische Kreaturen leben. Ich weiß es nicht ganz, aber... Taschenlampe bläert. Da. Anscheinend keiner zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmasken anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Torack. Oh, hier sind fast fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz... Okay. 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 Oh, blick. Da! Alter! Okay, okay. Very nice. Alter Schwede. Was sind das denn für komische Viecher? Und wir wollen es mit Sie. Lass uns gemeinsam ziehen. Bereit? Sie! Und der Lady! Raus hier. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen. Ulman, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Oh. Bildet einen Kreis! Was ist das, was wir von gestern? Bildet einen Kreis! Äh, Leute? Okay, okay. Ich hab keine Modi mehr! Scheiße, scheiße! Was ist das? Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ja, ich war genau. Tja,ich ist das, was ihr denn? Ich bin da, die Angriffe auf der Hauptschrift von Furcht beherrscht. Tja,ich ist das! Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Hm, okay. Okay, scheint hier also, ein ganzes Dorf geholt zu sein in der Stadt in der Metro. Hallo Artyom. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Aber bleiben Sie ruhig. Mami, müssen wir noch weiter warten. Gehen wir Artyom. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Keine Besuche. Petru. Mein Bruder ist in Kuntin. Ah, du bist es. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Komm herein, Alex. Hallo Artyom. Hallo. Wie geht es den Verrundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Das stimmt, hast du ein neuer Eintrag? Eintrag. Wenn uns irgendwann die Leute ausgehen, um ihre Angriffe in größerer Entfernung abzublocken, werden sie irgendwann an unsere Station ankommen. Dann sind wir erledert. Ich höre, wie die Leute tuscheln, dass wir den Todeskampf nur in die Länge zählen und dass es keine Hoffnung auf Rettung gibt. Aber Sukhoi, mein Stiefvater und Stationsleiter, hofft immer auf ein Wunder. Es besteht, er besteht darauf, dass sein alter Freund Hunter uns retten kann. Hunter ist ein Mitglied des Sparta-Ordens, einer Kampfbruderschaft, die sich auf den Schutz der Metro vor allem Gefahren eingeschworen hat. Es gibt nichts, was den Herzen dieser Männer furcht einflößen kann. Zumindest gab es nichts, bis die Schwarzen kamen. Das könnte natürlich jetzt ein bisschen rassistisch rüberkommen. Alter, okay. Also muss da oben doch irgendwas sein, blöd. Dann bleiben Sie von mir weg. Okay. Was zum Teufel! Wer kann das sein? Es ist halt ein Knopf, wenn ich dann öffne das verdammte Tor. Also Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Atyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Na ja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Ein Dringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wahnsinn Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Kanto. Alex, wir müssen hierbleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Was ist das? Hol dir schnell eine Waffe. Äh, ja. Ich soll mir eine Waffe holen. Atyom, hol dir eine Waffe. Verdammt. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Ich habe nur so eine kleine Babypistole hier. Von wo, von wo? Okay, okay. Oh mein Gott. Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnel ist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus. Der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe. Mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. Zehn Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen. Ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Sie haben den Weiß der Teufel, was da draussen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Okay. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und machen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung. Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Okay. Oh, ein Kompakt. das können wir gar nichts machen noch ein dokument neuer eintrag 1 die verteidigung unserer heimatstation vor den schwarzen schreckliche geheimnisvoller unschlagbare freunde wird einmal zur einzigen einzigen aufgabe unsere alte freunde dinosauries und telepaten haben wir vergessen und wenn hunter nicht wäre dann hätten diese biester schon längst unser krankenhaus überfallen ich schaudere wenn ich an das blutbad denke dass sie angerichtet hätten wäre hunter auch nur eine stunde zu spät hierher gekommen ich würde sagen wir machen hier ein cut ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen leute und bis demnächst und mutter bleiben ciao